Moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dieser Woche würde ich euch ganz gerne ein paar kurze Einblicke in den Bremer Norden geben und zu beweisen, dass es sich lohnt, hier auch mal herzukommen. Wir befinden uns heute in Wethjens Park. Das ist ein englischer Landschaftsgartenpark, der im 19. Jahrhundert schon angelegt wurde und zwar auf Initiative von dem Bremer Kaufmann und Räder Dietrich Heinrich Wethjen. Der konnte sich das leisten, den gleichen Gartenbauarchitekten anzustellen, der auch die Bremer Wallanlagen gestaltet hat, nämlich den Herrn Isak Altmann. Im Hintergrund seht ihr schon ein Schloss, das damals im Tudor-Stil gebaut wurde. Das ist im Laufe der Jahre nur etwas verändert worden, ist also nicht mehr ganz das Original, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie der Herr Wethjen hier gelebt hat im Sommersitz. Mein Mann Erik wird gleich noch mal eine Runde drehen mit euch, so dass ihr einen Einblick in den Park bekommt. Und wenn ihr näheres hierüber erfahren möchtet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal eine Fahrradtour mit mir in Bremen Nord macht. Da kommen wir hier auch auf jeden Fall vorbei. Bis dahin bleibt gesund, eure Jasmin. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020